Herzlich Willkommen heute wollte ich mal was zeigen und zwar ich habe mir eine Taschen Lampen App heruntergeladen und ich dachte das ist ein Gag aber sie funktioniert wirklich ganz gut ja und um die vorzustellen gehen wir mal kurz ins dunkle bis gleich so jetzt sind wir im relativ dunklen Raum und machen wir mal die App an und so vom Look her wie eine Taschenlampe und jetzt schiebt man das Ding mal hoch bin gerade im Badezimmer und man kann sich zurechtfinden wie viel Lungen das hat weiß ich nicht allerdings wie gesagt sitzt die Decke man könnte sich super zurechtfinden und witzig ist hier kann man auch die Modi verändern hier dreht man hat man Blink machen mal auf zwei schneller sieben und jetzt disco mal weg aber auch wieder auf null ja wie gesagt das ist wirklich cool okay so runtergeladen habe ich die im App Store Google App Store und das Ding nennt sich superhelle LED Taschenlampe ist wohl gleich die erste da erscheint wie gesagt die kostet nichts und als Notfall Backup Taschenlampe wirklich nicht verkehrt okay ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal und tschüss Musik 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 Musik